Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 27. September. Da schlug er in sich, Lukas 15, Vers 17. Der verlorene Sohn, von dem der Herr Jesus erzählt, ist ja wirklich kein Vorbild. Im Gegenteil. Solche labilen jungen Menschen, die von ihren Trieben hilflos getrieben werden und die sich dabei noch sehr interessant vorkommen, sind eine rechte Not für alle, die mit ihnen zu tun haben. Und doch, im Leben dieses leichtsinnigen jungen Mannes, kommt ein Augenblick, da er mit einem Schlag sich erhebt über viele, die von sich selbst überzeugt sind. Von diesem Augenblick spricht unser Textwort. Da schlug er in sich. Wörtlich steht hier im griechischen Text, da kam er zu sich. Was geschah denn da? Der verlorene Sohn machte eine Entdeckungsreise in sein eigenes Herz. Und was er hier sah, erschreckte ihn gewaltig. Er sah nicht nur sein Elend, fern vom Vaterhaus. Er sah auch seine Schuld. Er sah, wie erbärmlich sein Lebensinhalt gewesen war. Er entdeckte, wie schändlich er seinen Vater behandelt hatte. Er erkannte, wie erbärmlich er die ganze Zeit nur sich selber, sein Vergnügen, sein Recht, sein Wohlergehen im Auge gehabt hatte. Er sah sein Herz als eine Wüste, ohne Glauben, ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Gnade. Solche eine Entdeckungsreise in das eigene Herz ist eine große Sache. Wir leben in einem elenden Selbstbetrug, solange wir diese Entdeckungsfahrt nicht angetreten haben. Gewiss, es ist ein schwerer Weg, ein bitterer Weg. Aber es ist der einzige Weg, auf dem man zum Heil Gottes und zum Heiland findet. Denn der Herr Jesus nimmt nur Sünde an, die Buße tun. Für die starb er, um sie zu retten. Herr, zeige mir mein Herz. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.